Hallo, mein Name ist Menni Suss, ich bin Personalsachbeauftragte bei Fabiano Berlin. Ich bin seit acht Jahren im Unternehmen tätig. In meinem Aufgabenbereich fällt alles, was Personal angeht. Ich suche das Personal, ich mache mit ihnen Vorstellungsgespräche, ich bin für die Probetage da, ich stelle sie ein und natürlich auch für das Personal, was schon bei uns tätig ist. Auf diesen Beruf bin ich gekommen, weil ich etwas anderes brauchte. Ich war als normale Mitarbeiterin bei Fabiano tätig, vor acht Jahren habe ich wie gesagt begonnen und ich brauchte für mich einfach eine neue Herausforderung. Den richtigen Schulabschluss gibt es bei uns eigentlich nicht. Ein Abitur wäre natürlich fantastisch, aber auch einen guten Realschulabschluss ist möglich. Unsere Azubi sollten auf jeden Fall mitbringen, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist, Offenheit. Dass sie halt wirklich sagen, ich bin in der Gastronomie zu Hause und möchte diesen Job sehr, 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 sehr gerne machen. Bei uns als Regel gibt es natürlich das große A und O, die Hygiene. Man hat seine Arbeitssachen täglich zu waschen, man zieht nicht die Straßenschuhe in der Küche an, Hände waschen, alles was halt mit Hygiene zu tun hat. Ja, viele, viele Promis sieht man, Schauspieler, Sänger in den ganzen Jahren. Ich bin für drei Restaurants zuständig und da sieht man vieles. Wenn du mehr von uns wissen möchtest, dann geh doch einfach auf unsere Homepage, www.papiano.de und schaust dir einfach an, wie viele Restaurants wir schon eröffnet haben und wie die Möglichkeiten sind, dich zu bewerben. Vielen Dank.